inzwischen sollten so einige curve tokens auch in eurem wallet angekommen sein denn wenn ihr mein tutorial verfolgt habt und auch mitgemacht hat mit einer eigenen einlage dann müsstet ihr eigentlich jetzt seit einigen tagen curve tokens ansammeln und abholen kann man die curve tokens falls jetzt noch nicht passiert indem man den pool in dem man drin ist anklickt oder man geht direkt über das dashboard dann sieht man hier seine einlagen und dann habe ich hier zum beispiel bei dem euro pool in den ich gestern investiert habe 0,12 curve tokens das ist jetzt nicht besonders viel das entspricht ungefähr 61 cent ich hatte aber vorher in einer aufnahme die aber dann irgendwie nicht so richtig geklappt hat schon die curve tokens hier aus dem a3 crypto 3 pool abgeholt jedenfalls wenn ich also meine curve tokens jetzt claimen möchte dann gehe ich auf den pool hier steht wie viel ich claimen kann also 0,12 curve klicke hier auf withdraw und dann wird mir hier ein button angezeigt claim curve tokens und wenn ich diesen button drücke dann werden die curve tokens quasi hier abgeholt und landen in meinem wallet dafür auch ganz wichtig denn weil das hier auf polygon nicht richtig funktioniert mit dieser anzeige geht man noch mal in meter mask rein guckt sich die activity an und hier wird man dann gleich sehen wenn die transaktion durch ist bei dieser anzeige hier die aktualisiert sich nicht vernünftig die transaktion ist fertig und jetzt müsste ich die curve tokens auch in meinem wallet haben hier unter assets suche ich mal vielleicht finde ich den schon direkt und hier 4,5 curve tokens sind jetzt in meinem wallet nach einigen tagen in diesem pool wenn ihr diesen curve token hier nicht seht in eurem wallet dann müsst ihr den importieren mit import tokens das geht folgendermaßen ihr geht auf polygon scan mit den drei knöpfen mit diesen drei punkten hier view account in explorer dann landet ihr auf polygon scan dann sucht ihr den curve token hier raus indem ihr oben in diesen suchfilter crv also curve eingebt und dann seht ihr auch schon hier an dem logo erkennt ihr es auch das ist der curve token den wählt ihr aus dann bekommt ihr hier eine contract adresse contract 0x17 und so weiter dahinter erscheint so eine so ein copy symbol damit kopiere ich diese adresse in die zwischenablage hier wieder in metamask rein ans ende der asset liste hier mit import token kann ich diese token adresse dann quasi einfügen unter token adresse adresse kann ich das einfügen und dann erscheint hier das token symbol curve und die dezimalstellen und dann kann ich den token hier hinzufügen bei mir geht das nicht weil ich habe den token schon im wallet und deshalb kann ich ihn nicht ein zweites mal importieren dann solltet ihr eure curve tokens hier angezeigt bekommen wenn ihr jetzt in versuchung seid die curve tokens zu verkaufen dann empfehle ich euch mein letztes video zu diesem thema denn da habe ich erklärt warum es eine sünde ist den curve token zu verkaufen mit dem curve token kann man eine ganze menge machen erst viel besser aufgehoben in eurem wallet wenn ihr den ansammelt und dann später dann auf die ethereum blockchain transferiert aber da gibt es leider einen kleinen haken die transaktionsgebühren sind einfach zu hoch um mit kleinen mengen an curve tokens da vernünftig arbeiten zu können und natürlich ist es total in ordnung den curve token einfach in seinem wallet anzusammeln bis es soweit ist bis es sich lohnt auf ethereum rüber zu wechseln aber das ganze ist natürlich langweilig und es gibt noch sehr sogar auf polygon einige schöne stellen an denen man den curve token einsetzen kann um die ganze sache hier ein bisschen zu beschleunigen eine sehr einfache und bequeme art und weise den curve token zu behalten ohne dass er im wallet nur so rumgammelt besteht darin dass man hier bei cream auf polygon eine einlage macht und zwar kann man das hier machen mit 15 73 prozent aktuell die api war aber letzte woche mal auf 30 prozent teilweise sogar 39 prozent sich schwankt hängt einfach davon ab wie hoch die nachfrage nach dem curve token ist in den letzten monaten war die nachfrage nach dem curve token ziemlich konstant hoch und die api war hier war schon sehr beachtlich 15 prozent ist da eher schon die untere grenze das schöne ist man legt hier einfach seine curve tokens ein es werden immer mehr curve tokens dadurch man muss eigentlich nicht viel tun besser als das ganze im wallet rumliegen zu lassen wie geht das ganze man klickt hier also auf den curve token dann öffnet sich dieses supply fenster dann muss man erst mal hier approven dass cream die curve tokens aus dem wallet abholen darf das ist eine simple transaktion und dann wenn es fertig ist lohnt es sich mal die webseite zu aktualisieren bei dieser button irgendwie nicht richtig weil es da nicht richtig weiter geht ich gehe nochmal hier auf curve und dann kann ich hier meine einlage machen sagen wir mal 4,5 curve tokens die ich hier einlege oder auch hier ich mache hier 100 prozent kann ich auch und dann kann ich also hier über den supply knopf meine einlage machen mache jetzt die einlage nicht weil ich eigentlich was anderes in dem video vor habe aber ich will einfach mal die einfach die simple variante zeigen wenn ich später also meine tokens wieder haben möchte gehe ich hier auf curve gehe hier auf withdraw und hebt dann 100 prozent meine einlage ab in diesem fall null curve tokens weil ich ja nichts eingelegt habe aber ihr werdet in jedem fall mehr curve tokens rausholen als ihr reingelegt habt weil diese api hier ja für euch arbeitet eine wesentlich elegantere und auch lukrativere variante ist die curve tokens hier bei shidao zu verwenden shidao ist ein projekt das sich damit beschäftigt ein stablecoin auf den markt zu bringen und zwar ist dieser stablecoin der mai die app findet ihr unter app.my.finance link unten in der video beschreibung und ihr könnt hier selber wie eine zentralbank den mai drucken selber erzeugen ihr müsst allerdings eine sicherheit hinterlegen und diese sicherheit könnt ihr hinterlegen in form von curve tokens man kann also einen bestimmten prozentsatz der hinterlegten sicherheit an stablecoins erzeugen und mit diesen stablecoins kann man dann weiter arbeiten und die idee ist hier dass man diese stablecoins dann wieder so umtauscht dass sie in den curve pool reinpassen mai kann man zwar nicht einzahlen aber man kann die mai ja umtauschen in zum beispiel usdc oder usdt und dann können wir die wieder bei curve hinterlegen so dass wir da noch mehr apple kriegen dadurch dass wir noch mehr apple kriegen können wir also wieder curve tokens hier einlegen und dadurch wieder mehr stablecoins erzeugen die wieder bei curve einzahlen und das ganze ist also ein eine art kreislauf man nennt das dann auch looping also das ist das loopen looping von assets oder man nennt es eben auch ein flywheel das ist so eine art schwungrad das sich selbst also am laufen hält wie das ganze geht erkläre ich jetzt der erste schritt besteht darin dass ich hier ein volt anlegen muss und das habe ich hier schon erledigt hier gibt es schon mein eigenes curve volt das gehört mir das sind meine einlagen nämlich 8,5 curve tokens und dafür konnte ich schon 14,9 mai erzeugen das sind also stablecoins im wert von ungefähr 15 dollar und wenn ihr ein neues volt erstellen wollt dann geht ihr hier auf create kommt hier die liste mit den assets ihr könnt ihr auch andere assets einlegen nicht nur curve aber ihr müsst für jedes asset ein eigenes volt erstellen und mit dem button create volt könntet ihr also im grunde jetzt ein neues volt erstellen dass ich jetzt was ich jetzt nicht mache weil ich habe ja schon eins und jetzt ist ganz wichtig hier wenn man hier curve tokens einlegt dann bekommt man hier eine api die steht hier in rot darunter und zwar sind das jetzt aktuell 38,2 prozent das schwankt aber das wird sich womöglich in eurem fall dann wieder geändert haben kann höher sein kann auch niedriger sein und diese api ist auch nicht fix über die laufzeit sondern auch während man eine einlage gemacht hat kann sich diese api eben im lauf der zeit verändern sehr wichtig ist diese api gilt nur wenn man es schafft diese flamme hier am laufen zu halten nur wenn diese flamme brennt kommt man auch api solange die also an ist läuft der api zähler und wenn die dann ausgeht für die zeit wo die aus ist bekommt man dann eben keine rewards und sobald die flamme wieder angeht bekommt man dann wieder rewards also man muss diese flamme ein bisschen im auge behalten und dafür gibt es diese ratio die liegt jetzt bei 297 prozent die ist also grün und in welchem bereich ich diese zahl halten muss das steht quasi da wenn ich mit dem mauszeiger über diese rote fläche fahre dann steht hier ich muss das zwischen 155 und 400 prozent halten um jetzt hier also ski tokens als reward zu bekommen dafür gehe ich hier in das in auf manage und hier habe ich zwei möglichkeiten oder eigentlich vier möglichkeiten also die ersten zwei möglichkeiten beschäftigen sich mit der einlage die ich gemacht habe also mit den curve tokens die zweite zweiten zwei teile hier die beschäftigen sich mit meiner mit den my tokens die ich erzeugt habe und zwar kann ich erstmal meine einlage hier erhöhen ich habe ja 4,5 curve tokens bekommen als rewards also zahle ich die jetzt mal hier ein über deposit gehe hier auf deposit curve und schicke die mal in das volt rein und wenn die transaktion durchgelaufen ist dann schaue ich am besten noch mal ganz kurz was passiert ist mit dieser flamme die flamme ist nämlich ausgegangen weil ich habe hier jetzt nicht mehr wie eigentlich gefordert 400 prozent maximal sondern ich habe 451 prozent liege also über dem limit das kann ich ändern indem ich jetzt my tokens erzeuge indem ich hier auf borrow klicke kann ich hier mit diesem schieberegler sehen wie sich quasi die prozentzahl verändert sind also zum beispiel 329 prozent jetzt eingestellt ich kann sogar noch ein bisschen mehr nehmen sag mal ich gehe so auf die 300 zu um die 300 möchte ich das gerne halten dann bin ich so ungefähr in der mitte dieses ganzen range ich gucke mal nach also 155 bis 400 ja genau also es ist ganz gut wenn ich jetzt so bei um die 300 lande dann habe ich viel luft nach oben und nach unten und das erkläre ich gleich noch in ruhe wenn ich also ich kann mir jetzt noch mal 7,7 dollar leihen gut das sind jetzt alles keine riesen zahlen aber es geht jetzt um das grundprinzip ich klicke hier auf borrow my und wenn die transaktion durchgelaufen ist dann habe ich tatsächlich acht dollar ungefähr mehr an stable coins an my in meinem wallet hier werden die angezeigt 7,746 habe ich mir geliehen die sind jetzt anzeigen lassen in meinem wallet indem ich hier auf diesen metamask icon unten auf bei dem m drücke wenn euer eure seite breiter ist als meine dann findet ihr die entsprechenden buttons oben und wenn die seite kleiner wird dann springen die hier irgendwie nach unten und wenn ich hier also auf diesen fuchs klicke vom metamask dann kann ich diese diesen token hinzufügen dann wird der mir auch in meinem wallet angezeigt ich habe also jetzt 7,7 dollar in form von my tokens in meinem wallet und gleichzeitig brennt jetzt die flamme auch wieder weil ich das ganze wieder in ordnung gebracht habe wichtig dabei ist dass diese flamme auch wieder ausgehen kann in dem fall dass zum beispiel der curve token im kurs steigt weil dann habe ich ein verhältnis zwischen dem was ich entnommen habe und dem was ich eingelegt habe was dann im prinzip höher ist also das heißt das gespringt dann hier von 297 prozent irgendwann wieder auf über 400 also wenn der curve token im kurs steigt wird diese prozentzahl hochgehen und wenn der curve token im wert sinkt dann wird diese prozentzahl runtergehen und in beiden fällen muss ich gelegentlich mal nachschauen ob ich hier noch im richtigen bereich bin sobald ich hier im über 400 prozent ankomme kann ich nochmal eine weitere entnahme machen indem ich auf borrow dann eben nochmal was raus hole oder wenn ich auch was neu eingezahlt habe dann ist es auch sehr wahrscheinlich dass ich weiter was entnehmen kann und wenn diese flamme aus ist weil die prozentzahl unter den wert gefallen ist also unter 155 prozent dann wird es seit von den stable coins die ich mir entnommen habe mit dem repay knopf hier ein teil zurück zu zahlen damit quasi diese diese prozentzahl wieder hoch geht auf über 155 prozent und es gibt auch eine absolute untergrenze wenn diese zahl auf unter 130 prozent fällt dann übernimmt die plattform diesen ganzen vorgang für mich automatisch und wird im prinzip hingehen und curve tokens die in meinem volt liegen automatisch verkaufen dann eine stable coin einlage für mich machen und quasi dieses verhältnis wieder in ordnung bringen das ist aber nicht besonders schön für uns weil wir wollen ja unsere curve tokens behalten deshalb ist dieses ding hier in gewisser weise riskant denn man darf das nicht komplett sich selbst überlassen es kann sein dass die plattform je nachdem wie sehr der curve token fällt dann irgendwann anfängt curve tokens für mich zu verkaufen ich möchte ja meine curve tokens möglichst behalten wann das passiert das sehe ich hier und zwar sehe ich hier dass also bei liquidation details kann ich das irgendwie öffnen und dann sehe ich hier der aktuelle curve preis der liegt bei 5 dollar 17 und die liquidierung also dass diese plattform automatisch curve tokens anfängt zu verkaufen das fängt bei zwei dollar 26 an das also noch eine ganze menge luft bis es dann soweit ist dass der curve token sich jetzt einfach so mal kurz halbiert ist ja eher unwahrscheinlich aber natürlich kann das im crypto space schon mal vorkommen und jetzt habe ich also meine stable coins hier erzeugt ich habe jetzt sieben dollar neue sieben dollar in my tokens erhalten und jetzt muss ich sehen wie kriege ich die in den crypto pool rein dafür gehe ich hier auf anchor und dann kann ich hier quasi das ganze umdrehen dann steht der mai oben und dann kann ich hier mai umtauschen in usdc von 7,74 mai bekomme ich dann 7,669 usdc hier fällt eine kleine gebühr von ein prozent an das muss ich ein bisschen beachten allzu oft darf ich das hier nicht hin und her schieben weil jedes mal ein prozent weg geht aber wenn ich das hier im rahmen halte vor allem auch die geschichte mit den limits von der flamme also da so schön ordentlich in der mitte bin dann muss ich hier eigentlich nicht allzu viel eintragen außer es gibt sehr extreme marktsituationen also dann gebe ich also jetzt die mai die ich in meinem wallet habe frei für diese plattform und wenn ich die freigegeben habe dann kann ich den swap durchführen und anschließend habe ich dann in meinem wallet usdc aber keine mai mehr jetzt bin ich bereit das einzulegen bei curve dafür gehe ich jetzt hier auf den atri krypto 3 pool gehe auf deposit und dann sehe ich dass ich hier 7,66 dollar usdc habe die anderen assets möchte ich jetzt nicht einlegen die sind für andere sachen bestimmt also setze ich das auf null und dann ganz wichtig nicht vergessen auch zu staken mit diesem stake unstaked engage weil sonst bekomme ich keine rewards auf die einlage und jetzt arbeiten eben 7 beziehungsweise 8 dollar mehr für mich auf curve finance und gleichzeitig sammle ich hier bei shidao noch rewards an und zwar nur solange diese flamme hier an ist das muss ich also aufrechterhalten und dann bekomme ich alle paar tage ich glaube einmal die woche ein airdrop an shi tokens das ist dieser volt incentive airdrop davon habe ich jetzt natürlich noch nichts bekommen weil das ganze noch nicht lang genug läuft aber von diesem aber hier an der stelle werden dann die rods auftauchen die muss ich nicht extra claimen oder abholen die kommen von selber in mein wallet rein in form von shi tokens kurs liegt aktuell bei 0,443 dollar also man kann hier die kann man tatsächlich auch verkaufen zum beispiel bei quick swap oder bei irgendeinem anderen exchange oder man kann die einsetzen hier indem man die hier für eine längere zeit einlegt und dann bekommt man eben noch mehr airdrops was aber geschmackssache ist also entweder man macht das und legt das hier für die lange zeit ein bekommt dann eben mehr rewards oder man verkauft die dinger und hat dann sofort was davon übrigens kann man natürlich auch den verkaufserlös wieder in den tri crypto pool einlegen was man damit macht damit ist man dann natürlich frei wenn man wie ich jetzt mit die bank gerne arbeitet um einen blick auf das portfolio zu werfen dann kann man hier also auch die sache mit der flamme also mit den prozentzahlen vernünftig managen muss man gar nicht zu schida rüber gehen denn schida wird hundertprozentig unterstützt von die bank und hier gibt es auch quasi einen bereich der heißt schida und wenn ich den anklicke dann komme ich hier unten auf die aufstellung dann sehe ich hier also ich habe hier ein wort ein volt in form von curve tokens da sind jetzt 13,01 curve tokens drin hier ist der aktuelle dollar welt wert und dann habe ich hier mimetic und mimetic und mai ist genau dasselbe die haben das einfach irgendwann umbenannt von mimetic nach mai der richtige name ist mai früher war es eben mimetic ich habe mir insgesamt 22,67 mai ausgeliehen sind also 23 dollar wert kleine kursschwankung hier die sich korrigiert nach oben irgendwann und hier ist die health rate und die health rate ist eigentlich genau dieselbe zahl wie die prozentzahl bei schidao also hier sind das 295 prozent 2,95 heißen 295 prozent ich kann also hier sehen ob ich im richtigen bereich bin wenn das unter 1,55 fällt dann bin ich zu niedrig dann bin ich unter 155 prozent wenn das ganze über 4 steigt dann bin ich auch im falschen bereich denn dann bin ich über 400 prozent bei über 400 prozent muss ich also im prinzip neue mai tokens erzeugen die kann ich dann ja wieder in den tri crypto pool einlegen und wenn ich bei 1,55 oder drunter bin dann muss ich aus dem tri crypto pool assets rausholen umtauschen in mai diese dann im volt wieder zurückzahlen sodass diese health rate dann wieder auf einen wert kommt der zwischen 1,55 und 4 ist schidao ist natürlich nicht ganz so einfach wie die variante mit cream vom anfang wo man einfach nur eine einzahlung macht und dann seine 15 30 prozent bekommt man muss es ein bisschen managen man muss hier dieses verhältnis im griff haben man muss also regelmäßig nachschauen ob die flamme an oder aus ist beziehungsweise bei die bank dann auf die zahlen gucken und dann entsprechend auch reagieren es macht aber meiner meinung nach ein bisschen mehr spaß weil man ja hier schon zwei rewards hat nämlich einmal die ski tokens die man hier bekommt als reward und natürlich die curve tokens die man ja eigentlich ansammeln will ich glaube dass das ganze je nach marktsituation wesentlich schneller geht als bei cream normalerweise sollte es eigentlich wesentlich schneller gehen außer der markt verändert sich jetzt in einer sehr drastischen art und weise und da muss man natürlich noch mal neu gucken bisschen ärgerlich ist dass schidao nicht wirklich auf allen blockchains vorhanden ist zumindest die volks gibt es nicht auf allen blockchains man muss also zum beispiel wenn man jetzt auf phantom ist oder auf avalanche oder auf arbitrum und da in irgendwelche pools eingezahlt hat irgendwie einen weg finden die curve tokens hierher zu kriegen was wirklich nicht einfach ist oder man muss im prinzip so was ähnliches wie schidao finden auf anderen blockchains was es nicht wirklich gibt meines wissens aber es gibt auf jeder blockchains irgendeine variante wie man also die curve tokens weiter verarbeiten kann ohne dass man sie aus der hand gibt ohne dass man sie verkaufen muss und jetzt lassen wir das ganze mal ein bisschen laufen und schauen uns mal an wie sich das nach längerer zeit auswirkt bis dahin alles gute tschüss bis dahin alles gut